Ah, nee, zeig mir mal bitte schnell, wo der Höhleneingang war. Angriff ist unten. Weil, ich möchte die Kiste plündern, die da drin war. Weil wir hatten eine Kiste da stehen, von der wir auch losgezogen sind, als wir das erste Mal hier zusammen gespielt haben. Aber diese Kiste haben wir zurückgelassen, weil wir nicht genug Platz im Inventar haben. Hatte ich, hab ich da recht. Geh dich nicht um. Ja, dreh dich nicht um und sie erst startet zur Salzsäure, ne. Ja. Wunderbare Idee mit dem Treppchen. Ja, zeig mir das mal bitte gerade. Weil ich würde uns empfehlen, dass wir... Das kann ich das nicht so lassen. Kann ich mich nicht tolerieren. Nein, das... Was machst du da? Fine. Ach, okay. So, besser. Nein, wir kommen Briggs hin. Okay. Das werde ich tolerieren. Hier hab ich noch genau zwei Briggs übrig. Zwei Briggs... Geh mal weg, geh mal weg. Geh doch mal... Nein. Hm, ja. Gut. Ui, hübschig. Und... Hübschig. 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 Meine Hübschab, jetzt darf ich hier. Schön. Ich hol dir dann mit deinem Bett mal rüber. Moment. Bitte. Oh, komm. Das ist doof. Oder? Oh, ist ja nur für kurze Zeit. Nur für kurze Zeit. Hehehe, nur für kurze Zeit. Jetzt. Also. Wie gesagt, ich würde gerne in diese Höhle gehen. Mit dir zusammen, natürlich. Ja, nein, doch. Ja, nee, doch. Ja, nee, doch. Ja, nee, nein, 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 doch. Ja, du mich auch. Also. Moment, ich brate mir gerade noch ein paar Fleisch. Dann werden wir mal die Kiste plündern. Weil da sind, glaube ich, noch Diamanten und so weiter drin. Und das wäre schon gut, wenn wir das hätten. Wenn wir das überhaupt noch finden, die Kiste. Also so doofy ich bin, das würde ich mir sogar zutrauen, dass ich es nicht mehr finde. Also lassen wir gerade noch die zwei braten, dann gehen wir auf jeden Fall da hin. Ja. Ja, wie? Brat, los, schneller. Der Brat-Tomat. Gut. Und hätten wir davon genug dabei, ich schmeiß mal den Rest in die Kiste, den wir nicht brauchen. Ähm, das werden wir nicht brauchen. Wir werden aber eine funktionierende Spitzhacke brauchen, tippe ich. Bisschen Dreck geht immer. So. Gut, den Rest, den wir nicht brauchen, lassen wir ganz klar hier. Okay. Also, dann zeigen wir mal gerade den Eingang. Oder beziehungsweise, ich wollte mir natürlich noch ein paar Porkshops reinhauen. So, da und da. Okay. Also, los geht's. Was wird das denn? Was denn? Na, los. Komm. Bin ja da. Ja, wohin los? Ja, ich, du, so wusstest du den Höheneingang. Ich bin mir nicht sicher, aber ich liebe dich schon. Moment. Wir sind irgendwas rausgekommen. Ich denke, es ist noch an zu dunkel. Na, super. Mal gucken, ob wir das jetzt noch finden. Na, super. Ich bin wirklich mal gespannt, ob wir das noch finden. Warte, ich hab das von irgendwo aus gesehen. Von irgendwo aus einem Blickwinkel von unten. Also, was auch. Das heißt, wir waren irgendwo da unten. Ja, super. Wo bist du wieder mal? Da, wo du nicht bist? Ja, komm. Sei mal nicht so unfair. Ah, ich glaub, ich hab's recht gefunden. Ja, wo bist du denn? Sag mal, bitte. Ich bin unten in dem, unteren Haus. Und in dem Namen. Ja, Spaß. Na, komm, sag mal. Ich bin unter dem Haus, wie gesagt. In unserem Haus. Unterm Haus. Unterm Haus. Ja, warte mal. Dann lass mich auch mal da hingehen. Das ist die große Hauswiederfindungstour. Ich hab keine Lust nachher hier von irgendwelchen Skeletten oder so abgeschossen zu werden. Ich weiß, dass ich hier irgendwo am Strand war. Die Frage ist, wo war's am Strand? Hohohoho. Ich sehe übrigens deinen Namen nicht. Ich sehe den schon wieder. Wo bist du denn schon wieder? Ja, wo bist du? Ja, unter dem Haus ungefähr. Ja, 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 ich komme nur angeschwommen. Ach, siehst du mich endlich? Ist das hier oder wo war das denn? Dicken Freund. Gefunden. Wo denn? Nicht. Ähm, nein, ich hab nicht gefunden. Ähm, ja. Na, super sick. Wollen wir den ganzen Ding umkommen oder was? Nein, aber ich muss auf jeden Fall den Höhleneingang finden. Wann hier? Ja, den Ausgang. Also ich weiß, wo wir reingegangen sind. Also nicht wir beide, sondern mein erster Gast und ich sind da rein. Aber ich weiß nicht genau, wo wir raus sind wieder. Hier in der Nähe. Hm. Ich hab noch kein Schwert. Ähm, oben in der Kiste, aber okay. Und da sollen wir den ganzen normalen Höhleneingang reingehen. Ja, oder? Ja, dann müssen wir durch die ganze Höhle wieder durch. Na und? Hm, weißt du wie lange das dauert? 10 Minuten. Naja, mindestens eine halbe Stunde. Na gut, dann lass... Sollen wir das wirklich machen? Ja. Okay, jetzt muss ich nur den Höhleneingang wieder genau finden. Warte mal, lass mich mal grad hier lang. Ach, hier, guck mal, ich hab ihn. Hier. Ah, das ist unser Höhleneusgang. Super. Aus oder Eingang? Ausgang irgendwie. Oder? Ach, nee, das war eine Fake-Hölle. Nee, doch. Warte mal. Nee, das war eine Fake-Hölle. Na, super sick. Wir können ja in der Fake-Höhle weitergraben, bis wir uns finden, oder? Nein, aber wir müssen unsere Höhle finden. Wie gesagt, da ist die wichtige Kiste drin. Warte, ich find die schon noch gut. Warte. Tür mit dem Eisen. Die sind fünf Eisen, Moritz. Und du sagst immer, ich soll mir sowas nicht gehen. Ja, ich kann mir nicht so viel Inventar vollgehen lassen. Weil wir ja jetzt die ganzen Kisten ausräumen wollen. Oh. Creepy, halt die Klappe, oh mein, mein Leben. Wie flasst du noch? Ich kann dir was runterwerfen. Hier, hinter dir. Dein, halt, wo bist du? Wo kam der her? Weiß ich doch nicht von nötig. Die spawnen ja jetzt alle hier. Böse, böse Spawner. Das kommt back. Nee, sag mal. Ich bin mir nicht sicher, soll ich F3 einsitzen? Ja, das bringt's nicht. Da wissen wir nur, wo irgendwelche Höhlen sind, aber nicht unsere unbedingt. Ja, wir wissen aber ungefähr, wo unsere Höhle war. Das heißt, wir wissen auch, wo ungefähr denn die Höhle ist. Aber ich seh mit F3 im Moment nichts. Ich hab's mir jetzt einfach mal... Ich seh Skelette und so weiter. Ja, super. Also, was machen? Erstmal knacken gehen, dann Höhle suchen. Ja. Na super, dann hat sich diese Tour hier, diese kurze, wohl auch nicht gelohnt. Ich seh schon wieder viel besandt. Nein, nein. Hä? So eine der Leute der Welt ist viel besandt. Hi. Ah, ich hab jetzt ein Dreck dabei. Ha, Dreck. Ja, Dreck ist teilweise echt hilfreich. Sei doch, sei doch ruhig. Nee, meine Meinung. Wir müssen uns, brauchen uns nicht so viele unnatürliche Wege machen. Die, ähm, natürlichen Wege von hier sind sowieso gut. Ja, ich seh hier grad meine fucking Wand so gut. Und das da unter unserem Haus wäre ein Glitter. Was ist da unten? Hier drunter, direkt unter dir. Was ist das für ein Monster? Weiß ich doch nicht. Das ist zwar... Ja, du hörst, das ist ein Zombie. Nein, ich hörst nicht. Hätten den Sound aus, oder? Ja, ein Zombie. Ja, du, dann komm, lass erst mal knacken gehen und dann... Es ist ein Skelett? Ja, Pech gar. Komm mal hier hin, komm mal hier hin, wo das gespawnt ist. Moment, Moment, nur die Ruhe. Ja, schau. Hier hin und guck unter unser Haus drunter. Wo ist denn der Aim-Bot? Ach, da, ach, du liebe Zeit. Ich guck mir, wie viele Pfeile hier nicht drinstecken. Ja. Na komm, ich geh mal knacken. Ja. Und du musst in dein Haus. Und du kannst jetzt... Ich bin nicht... Ach, kopf. Schau, halt die Klappe und back dich. Ja, auf, gut. Dann, so back. In diesem Server. Hey, wer war das? Ich bin nicht blind. Doch, wirst du doch das zweite Schild übersehen. Och, come on. Na so, dann lass mal lucken. Los, dann bitte schön das zweite Schild. Das baust du gefälligst ab. Wo ist denn das? Komm, lass, das ist Spaß. Ja, das ist Spaß. Ja, klar. Warte mal, ich mach hier um, weg, damit das Geld stirbt, weil Sonnenlicht. Oder nee, warte mal. Warte mal. Na du, warte. Na du, warte. Oha. 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 So trifft es wenigstens nicht, dass Neyper trifft nicht. Hahaha. Na dann los. Ich weiß, wo der alte Höhleneingang ist. Nur, ob wir dann zu dem Stückchen finden... Finde ich doch. Na, aua. Oha. 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 Na gut. Die zwei Leben, die musste ich halt riskieren. Also, der Höhleneingang, das weiß ich noch ganz genau. Diese 9,5 Leben musste ich auch riskieren. Ey, du wie viel? Nicht im Ernst. Nein. Also, unser Höhleneingang, der war, soweit ich das weiß, hier. Nö. Oder, lol, wo war der Höhleneingang denn? Ja, auf der anderen Seite soll ich auch so... Boah, boah, du findest ja nicht mehr den eigenen Weg mehr. Tschüss. Ne, sag mal, wo? Ja, ich bin noch... Mach ich auch grad bei dir? Nö. Hä, lol, ich hab doch... Kann mich doch voll noch dran erinnern, dass hier der Höhleneingang war. Mal wissen das. Nein, der war hier nicht, der war auf der anderen Seite. Boah, Moritz, komm. Ja, nicht die Fake-Höhle, die richtige Höhle. Ach so. Die war doch... Lol, wo war die? Wo sind wir denn da reingegangen? Ich, ich weiß wohl, was war Evil Ticken, sag's mir. Sag's? Oder haue. Ja, sag mal, das ist ja... Ist ja hier... War's das... Hier, äh, richtiges Alzheimer, was ich hier... Was ich jetzt seit... Soll ich nochmal die Weges rauskramen, oder wie? Och, pfff, ich feile, ey. Oh, Mann. German, let's fail. Naja, der da, der ist auch gar nicht so schlecht. Ähm, warte mal. Ei. Free. Ja, ja, Mensch, wo ist denn der Shit-Eingang hier, Leute? Für mehr Besand. Free. Ich weiß, wo der Ausgang der alten Höhle ist. Aber wo der Eingang von der neuen Höhle ist, das weiß ich nicht. Was? Bring mich einfach zum Auto-Eingang und fertig. Na, was mach ich denn? Ich laufe so drauf durch die Welt. Blondine, wie ne Blondine beim Marathon, ne, dumm gelaufen. Alter. Ist ja schlimm. Du siehst mir auch so mitgenommen aus. Jaaaa. Ja, 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 ja.